Dramatische Bilder eines russischen Kampfjets. Der Su-25-Jet, NATO-Cordname Frogfruit, muss notlanden, nähert sich der Landebahn eines unbekannten Luftwaffenstützpunktes der Russen. Auf dem Seitenleitwerk prangt das russische Z. Offenbar ist der Jet im Flug beschädigt worden oder hat technische Probleme. Das Fahrwerk klappt nicht aus, der Jet muss kontrolliert Notlanden. Ohne Fahrwerk auf dem Bauch. Extrem langsam und flach steuert der Pilot den Jet Richtung Boden. Dann setzt er sachte auf. Funken sprühen. Ein Fallschirm bremst den Jet zusätzlich ab. Eine extrem souveräne Landung des russischen Piloten. Statt sich mit dem Schleudersitz zu retten und den Flieger aufzugeben, rettet er das teure Kriegsgerät. Ob der Jet im Kampf beschädigt worden ist oder ob ein mechanisches Versagen zu der Notlandung geführt hat, ist bislang nicht geklärt.